Murat, ist schon Mittag! Murat, steh auf oder schneid deinen Bart ab! Wir müssen ihnen mitteilen, dass ihr Sohn am 30. Januar nach Guantanamo verbracht wurde. Was ist das? Der älteren Sohn, der in Guantanamo gebetet hat, der in Deutschland ist der Chef Mises Kronas. Er ist kein Taliban. Frau Kronas, Ihr Sohn ist im Gefängnis! Ich weiß gar nicht, was los ist! Gehen Sie runter vor meinen Schneeglöckchen, ja? Entschuldigung! 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 Oh, Mama! Ein Glas Wasser, Frau Kronas? Äh, nein, ein Kohlabier nicht. Ihr Sohn befindet sich gerade in einem rechtlichen Niemandsland. Komm, Mr. Busch, mein Murat so lange einsperren, wie er will. Und was heißt, Rabier, Kronas, V.S. George W. Busch? Nö, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klasst. Wir? Ich? Ja. Und was ist das, was er machte, als er ist der, warst du gegen die Welt. W. Busch, mein W. Busch, mein W. Busch. W. Busch. W. Busch. W. Busch. Und was ich bin, wenn du gegen das Kreuzchenland hast? Denkst du immer noch, wir können gewinnen? Wie ist meine Frisur?